Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, ja, die Superbowl Nummer 50 ist jetzt gerade zu Ende gegangen und ja, als Panthers-Fan bin ich natürlich enttäuscht, der Broncos gewinnen mit 24 zu 10, war eine bittere Niederlage, aber ja, am Ende muss ich sagen, haben die Broncos absolut verdient gewonnen, Panthers haben einfach nicht gut genug gespielt, es war nicht der Tag der Carolina Panthers, einfach, ja, viel zu viele Fehler und ja, was soll ich sagen, ich bin ja schon enttäuscht über die Art und Weise, wie wir verloren haben, ich kann nur sagen, Gratulation an die Denver Broncos, absolut verdient gewonnen in der Liefen zwar wirklich überragend, vor Müller zu Recht zum Superbowl-MVP gewählt worden und ja, auch Gratulation an Peyton Manning in seinem wahrscheinlich letzten Spiel, gewinnt er seine zweite Superbowl, seinen 200. Sieg, ja und ich denke, kann jetzt ganz schön seine Karriere beenden und ja, was soll ich sagen, wie gesagt, das ist jetzt eine erste direkte Reaktion, ich bin jetzt gerade auf dem Heimweg, ja, und ich kann nur sagen, wie gesagt, ich bin sehr enttäuscht, was meine Panthers betrifft, aber Kopf hoch, die Saison war überragend und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Panthers auch in den nächsten, ja, zwei bis drei Jahren in der Lage sind, vielleicht wieder in die Superbowl einzuziehen und dann, ja, vielleicht haben wir mehr Glück, aber wie gesagt, ähm, diesen heutigen Tag hat einfach nicht funktioniert und, ähm, ja, zu viele Ternovas, die Finns hat eigentlich gut gespielt, aber die Offense, die Finns der Broncos war einfach viel zu stark, ja, und so kannst du dann eben das Spiel nicht gewinnen und, äh, ja, das war jetzt erstmal meine erste Reaktion hier zu diesem Superbowl Nummer 50, ich werde dann noch, ähm, ja, eine, einen entsprechenden Nachricht dann noch machen und, äh, ja, ich sage dann Tschüss und, ähm, bis zum nächsten Mal, euer Little Piccolo. Ja. 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 Vielen Dank.